Die 5 Kage gegen Madara heißt es jetzt. Wir kämpfen gegen Madara Ushia. Die Zukunft auf dem Spiel, so heißt es. Gesundheitsanzeige konstant über 60%. Okay. Wow Scheiße, der Madara ist echt hartnäckig Aber was erwartet man auch, dass es ja ein Boss kann Gegen Madara, Ushia, der das Schein-Gahn und Rinne-Gahn hat So, was kommt jetzt? So, was ist das? So, was ist das? Was ist das? Das war's für heute. So, wenn er da oben steht, können wir den Raikage rufen. Der haut ihn dann runter. Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt aber. Oder auch nicht. Hopp. Oh, da steht schon wieder da oben, aber der Raikage ist gerade nicht ready. Okay, jetzt ist er ready. Na, großartig. Jetzt kommt da was vom... von oben. Ups. So, dass das Holzversteck beherrscht, heißt ja nur, dass er jetzt Zellen vom ersten Okage hat. Ich glaube, das hat Kabuto mit Verstärkung gemeint. Wow. So, ich muss schnell den Raikage rufen. Der haut ihn dann nämlich wieder runter. Scheiße. So. Was war das jetzt? Ach stimmt, der hat das Rennigar. Wow. So, den Raikage nochmal rufen. Wir haben sogar mit dem ultimativen Jutsu getroffen. Das ist doch praktisch. So, was war das? Ich bin schon mal einigen, was ich im Leben geführt. Wenn ich mein Herz oder wie ich das, dann kann ich mir auch erweitern. Ich darf das sein, Frau Hime. Ich bin sicher, dass du mein Herz mit dir ist, aber... Ich habe keine Angst. Ich werde mir hier für mich verletzen. Ich bin jetzt, dass ich mir die Hohkage, und wir müssen mich über die Höhle gehen. Hm. Hm. So, ultimative Entscheidung. Aha, aha. Hier, bei der Legende, kämpfen wir mit allen 5 Kage gegen ihn. Mhm. Unter Zelt aktivieren wir ihr Siegel. So, und da wir Heldenpunkte brauchen, wähle ich natürlich wieder den Heldenweg aus. Ich weiß nicht, ob wir es nicht tun können. Aber, wenn wir es nicht tun können, wenn wir es nicht tun können? Ich bin jetzt. Ich werde es nicht tun. Ich werde es nicht tun. Ich werde es nicht tun. Ich werde es nicht tun können. 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 Das ist das, was ich tun kann. Jetzt, was wir tun können? Wir können ja hier ganz viele Briefe umwerfen. Pam, 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 pam. Scheiße, jetzt hätte ich nach unten müssen. Ich hab mich tun können. Ach, ich hab mich nicht tun können. Müssen wir das noch nicht tun können? Ich hab mich gemacht, wenn man es nicht tun kann. Sie sollen jetzt immer schön hier auf die Mitte. Ja, mit Gelbfhäbern sind. Aber das ist nur das. Wir werden uns in den Augenzeichen machen. So, jetzt müssen wir diese Proben schon irgendwann Yang-Zeichen fertig machen. Ah fuck, ich hab schon wieder getroffen. Hopp, hopp, hopp. Es sind nur noch vier da. Drei sind da. Ach scheiße, noch auf die Gegend nicht mehr. Ich aktiviere mal kurz das Siegel, damit heilen wir uns nämlich. So, angreifen mit B. Okay, jetzt hat er wieder diese Siegel. Hm. Hm. Ich kann nicht mehr spielen. Wow. Slumwerfer. Also halt sein Karton, aber trotzdem. Ah, wie kann man dem ausweichen? Ey, der benutzt viel zu viel Feuerjuts. Das ist ja nicht mehr schön. Muss man nur noch ausweichen? Oh fuck. Und ich heil mich mal kurz wieder. So, und jetzt können wir wieder angreifen. Auf, auf. Scheiße. Scheiße. Er ist echt ziemlich hartnäckig, der Typ. Vor allem mit seinem blauen Susanoo ist das... ...ziemich unfair. So, ich könnte mich im Prinzip wieder heilen. So, jetzt nochmal schnell angreifen. Ah, da ist eine Rüst. Das ist perfekt. So. So. Ach du heilige Scheiße. Jetzt müssen wir noch hier Meteoron ausweichen, aber das ist nicht so toll. Huch. So. Ach fuck. Irgendwie trifft er mich ziemlich häufig, ne? Was ist das jetzt? Hopp, hopp, hopp. Nur noch eins da. Oh fuck, hat er uns damit getroffen. So, und jetzt angreifen. Ja. Ich war's. Ich bin dann noch überrasch. Das war's. Ich hab's zu scherven können, würde ich mich nicht verändern. Ich bin dann aber auch zu scherrasch. So, was das jetzt haben wir wieder gemacht? So, was ich gerade wieder eingestellt? Und jetzt ist das für ein Eiweiße. Jeg überrasch, es gibt's zu scherzt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's. Okay, der Kampf ist geschafft. Hier muss ich aber sagen, dass es nicht ganz so nahe Manga Dorn ist. Warum, verrate ich euch natürlich nicht. So, jetzt reden wir über eine schöne Filmsequenz zu sehen. Das war's. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Das war's. Ich bin der Schnau-Konferenz. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Okay. Entschuldigung, meine ich. Ich bin dein Körper, dass ich dich in die Arbeit gewusst habe. Ich hätte mir das Leben gewusst, was ich das Leben in meinem Leben, damit ich mich nicht mehr so gewusst. Es wäre gut, glaube ich. Ich habe die vorherige Gelegenheit gemacht, aber ich weiß, dass du den Nachbarn und Begratzen warst. Ich würde Sie sich nicht wiederholen, aber ich würde es ein Kurschen zu machen. Sie sind alle, dass Sie nicht so gut gehen können. Sie sind! Sie sind wegzunehmen! Gehen Sie? Nein, das ist nicht so. Wir werden nur die Möglichkeit geben. Wir werden die Möglichkeit geben, die die Möglichkeit geben. Was? Wir werden die Zukunft geben, das ist nicht heute. Wir werden die Möglichkeit geben, die du nicht zu erreichen. Ich will nicht den Kraft, dass es nicht den Kraft werden kann. Du hast ihn doch gut vorbereitet. Ich will nicht. Ich bin jetzt... Ich habe das mitgebracht. Ja, ich habe es nicht gelehnt. Aber, dass diese Kraft des MADALA der Ratsunten der MADALA hat, hat eine große Rolle. Ja, das ist gut. Das ist die Kraft des Wachstums. Das ist eine große Kraft. Das ist gut. Was ist das? Na, Nalu... Ich werde das nicht sagen. das durch die kürze ok auf speicher gerät wird zugegriffen bevor wir jetzt aber gegen toby kämpfen beziehungsweise dem anton madara nennen wir ihn wie wir ihn nennen wollen ich mache jetzt erstmal wieder eine kleine aufnahmepause bis dahin